Obwohl, mehr Optionen sind eigentlich immer ganz nett. Ich sag mal vier. Okay, also wir kommen zu etwas. Wahrscheinlich ist es hier etwas, das zu dir spricht. Und ich kann ehrlich sein, ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich mit diesem gehen werde. Das ist aber nett. The Stanley Parable, Worldwide Leaderboard. Ja, sowas liebe ich, ja. Sowas ist großartig. Oh mein Gott, sind das echte Leute? Es gibt die Intro-Sequenz. Nur die drei schlechtesten Spieler. Oh, Stanley427 ist online. Ich bin der letzte von allen. Friend's List ist empty. Oh mein Gott, das ist so lustig. Neun und... Ne, 98,9% der Spieler sind attraktiver als Stanley. Der Dead Red ist offline. Das ist so super. Oh mein Gott. Ich liebe es. Dieses Spiel. Ich gehe mal wieder durch die Tür. Da sind bestimmt auch ein paar Secrets drin, aber die kann ich jetzt so nicht so schnell zeigen. Ich werde es probieren. Mussolini. Ähm. Okay. Ich habe das jetzt so festgehalten, damit ich es vielleicht im Editorium besser anzeigen kann. Übrigens, sieben Stunden, so lange spielen wir noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, das kann glitchen. Verdammt. Ist egal, was man antritt. Passt schon. Das ist Fake. Das ist nicht Fake gewesen, glaube ich sogar. Okay. Das ist eine Pflanze. Wir werden es probieren. Vier Stunden. Das ist total nervig. Ich will es jetzt nicht mehr Stunden machen. Das mit 8 war besser. Können wir dahin zurückgehen? Oh Gott, dieses Spiel kann einen richtig zerstören, oder? Wenn man ihn trollt, trollt er einen total zurück. Mal sehen wir länger aus, als ob er oder ich. Ich glaube, man soll versagen, aber... Oh Gott. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen können. Hey, ich kann auch E drücken. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Um das nicht in einen ganzen Part zu verwandeln, lasse ich das Baby mal verbrennen. Das bleibt mir eher nicht viel übrig, glaube ich. Ich will es nicht sehen. Aber ich muss es zeigen. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Ich bin komplett aus der Idee. Ich kann nicht denken, dass ein einziges Ding, das verbessert die Erfahrung für mich. Ich werde nicht sogar versuchen. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Es ist vorbei. Danke für die Spiel. Ihr Input war sehr wertvoll. Oh, hey. Since mein Spiel war so awful, warum wir spielen jemand anderes' Spiel? nur um die Schmerzen zu reduzieren. Mal sehen. Was haben wir hier? Ja. Das sieht aus, wie es funktioniert. Lass uns einen Schuss geben. Oh! Das Lied tatsächlich, ne? Oh! Minecraft! Ich kann nicht schwingen. Es ist sogar ziemlich gut. Niemals. Niemals. Die Wolken bewegen sich. Wo ist er denn? Das wird nicht hier. Hier. Nein. Hier. Und dann... Ach so! Er baut. Er baut. Nicht cool. Ich möchte los springen. Ich... Ich... Ich möchte die Welt erkunden. Ich glaube, die Sonne bewegt sich nicht. Das ist so eine der Sachen, die er nicht beachtet hat. Logischerweise, weil das irgendwie 20 Minuten dauern kann. Sogar die Tür. Ja! Yay! Hahaha! Das ist so großartig. Das ist Minecraft. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Oh! 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 Das ist nicht die echte Musik von Minecraft. Das weiß ich. Oh mein! Es sieht aus, wie es ein bisschen dark wird. Hast du ein Licht gebracht? Ähm... Nein. Hier ist ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Okay, ich sollte aufhören. Äh! Man kann sich hier echt reinquetschen. Muss ich mir merken. Hier ist noch mehr Kohle. Leider kann ich nichts abbauen. So wie es aussieht. Ein paar Pilze. Oh! Komm ich von hier da rüber? Ne, ne? Ne. Kann ich nicht schaffen. Oh wow! Es ist wirklich sehr dunkel hier. Oh! Da hinten ist noch mehr Kohle. Oh! Nein, 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 nein! Das ist viel mehr öffnet, als ich in mir hatte. Ich schaue für etwas mehr langes und lineares. Etwas, das macht dich total irrelevant. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Auch die Diamonds können hier nicht abschaffen. Okay, neue Spiel. Oh Gott! Ich habe die Spinne und den Zombie gehört. Ich hätte schneller machen müssen. Ey! Jetzt reicht es aber langsam. Portal? Ja! Ich weiß nicht, was dieses Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in einer Schlaßboxe, ohne Weg raus. Das bedeutet mir, Torbo. Es ist inspiriert. Ich kann viel dagegen sagen, außer dieses Spiel ist das Beste. Okay, jetzt bin ich interessiert. Lass uns herausfinden, was das ist. Oh mein Gott! Das ist Portal! In einem anderen Spiel! Oh mein Gott! Haha! Ich hatte noch nie so viel Spaß mit Referenzen. Also das ist wirklich sehr gut. Ich kann mich nicht genau erinnern, war das damals so? Ich glaube, es war ein bisschen anders. Aber es macht nichts. Es ist halt wirklich alle Sachen, die man aus Portal kennt, sind hier. Es ist ein Puzzle. Kritische Gedanken, Stanley. Deine Vorte. Ich weiß nicht so recht, ist das gut? Ich glaube, wir müssen uns mit dem Block da drauf stellen. Und dann versuchen den Block dahin zu werfen. Oh mein Gott, das könnte wirklich klappen, ne? Ich muss es probieren. Das muss funktionieren. Kann ich es irgendwie werfen? Ich kann es werfen! Leute! Ich will mich hier einsperren. Ich werde es versuchen, ja? Ich kann nichts garantieren, aber ich werde es vielleicht schaffen. Oder auch nicht. Sieht nicht so aus, als könnte man den sehr weit werfen. Oh, doch! Kann man! Man kann die sogar sehr, sehr weit werfen, wenn man den hochwirft. Wenn ich es dann hinkriege. Oh, oh! Ich glaube, er kommt wieder rein. Verdammt! Was? What the fuck? Oh, oh! Ich habe ihn geglitcht. Ähm, ich habe ihn geglitcht. Ich habe es trotzdem nicht geschafft, durch die Tür zu durchzukommen. Kannst du mir noch einen Block geben? Haha! Oh Gott! Ich habe das Spiel geglitcht. Ähm, ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn es normal funktioniert hätte. Aber leider ist der Block durch den Boden gefallen. Ähm, und nun? Verdammt! Na gut, wir sehen uns dann, wenn ich das irgendwie wieder hinkriege. Bis gleich. Oder bis jetzt, sozusagen. Okay, da bin ich wieder. Ähm, diesmal werde ich es nicht versuchen zu glitchen. Das war nämlich keine gute Idee beim letzten Mal. Schade. Egal, wir nehmen das Radio natürlich mit, ne? Solange wir können. Ich wollte, dass das Ding da durch die Kacktür geht. Stattdessen glitscht es durch den Boden. Willst du das irgendwie gerade stellen, das Teil? Anscheinend nicht. Komm her. Du Radio, du. Ist das einfach durch den Boden geglitcht? Nein, eigentlich, weißt du was? Ich denke, das ist viel. Ich will wirklich nicht mehr, wenn du dich überraschst. Oh, 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 oh. Aus irgendeinem Grund war plötzlich alles weg. Fling Cabinets 86x64. Ähm, du hast mich irgendwie in nen Beta-Teil geworfen. Aber ich hab das Radio noch. Das Stanley Parable Alpha Test. Oh, oh. Das war ein Fehler. Oh Gott. Ah. Wo? So ill bin ich hier. 15... Ach, verdammt. Hier kommen wir nicht weiter. Es ist auch sehr dunkel. Ich hab irgendwie Angst. Gänge geradeaus, gänge rechts. Mann, es ist echt zu dunkel hier. Ich hab mich jetzt schon verlaufen. 423. Licht. Licht ist immer schlecht. Wir wollen ja in der Dunkelheit bleiben. Ist ja klar. Ist ja klar. Ja. Ja.